. . . . Scheiß Bock, Arschloch. . Geheimnis, du dreckst du! Sto Kaszlöch! Sto Kaszlöch! onto the wall Bleh! stalker-sau. Und Paket Curry? Curry? Welche Sorte? Den Schaufen. »Ähm, der Diana ist, Herr Schaaf. 100 oder 200 Gramm?« »200 Gramm.« »Drei, 50 bis zum?« »Zwei, 50?« »Drei, 50?« »Drei, 50.« »Hallo, können Sie die Dicken-Eier? Für 30 nur nicht.« »Ja. Braune?« »Ja, ist egal.« »Ziebf Tyb?« »Ja, ja, 20.« Vielleicht 10 braun und 10 reißig. Ja genau. Das ist so 10 und 40 ne? Ja. Hey, Stock ist noch! Stock ist noch! Mieses Dreckschwein! Aufpassen! Blindes Rot! Stock Arschloch! Hey! Hey, Stocker du... Stocker! Das war ein bisschen gut. Das war irgendwas, oder? Verpiss dich Stocker Arschloch! Verpiss dich Stocker Arschloch! Quatsch mich nicht dumm an du Arschloch, du Folterknecht! Aber was haben sie denn gebaut? Aber was haben sie denn gebaut? Aber was haben sie denn gebaut? Gut... Ah... Guck... 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 ... Guck... ... Stocker! Guck... Ja. Sieh. Ja. Ja. Stocker. Stocker. Bäh. 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 Wir haben noch Platz. Ja. Hallo Bruder, wie geht's? Ja und hier. Alle zusammen? Ja. Na so. Ja. Ja. Stocker. Ja. 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 Kann ich mal kurz dran? Ich komm gleich und hol die ab. Ja. Kann ich das im Moment da herlegen? Hallo. Stocker. 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 Wir sind das. Stalker! Hallo! Hallo! Nein! 36 Euro bitte! Ja, so viel! Das dauert, das kann ich nicht, guck mal weitermachen, das wäre ganz lieb! Haben Sie eine Petelkerke? Ne, will ich auch keine haben! 30... 35... Ja? Hallo? So will ich, ne? Feuelpunkt! Ja! Bitte! Hallo! Boah! Halt oben auf los! Kommen Sie auch zu mir! Lock! Bäh! Breckspack! Aber du musst mal zeigen, du musst da nicht. Da hatten wir vier Stück. Jawohl. Na, Kaputino. Na, jetzt einmal Kaputino. Bitte. Danke. Danke. Ganz in Ruhe. Du Stalker, Arschler. Ich werd gleich Stalker. Das war auch so. Ja. Du kannst zuvor sagen, was du willst. Verlass nur die Schneide in den Nagel. Okay? Stalker. Ja. Stalker. 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 Arschloch. Du Dreckso. Ja, du machst deine Arbeit gut, Stalker. Arschloch. Bäh. Ich hoffe, sie haben hier geparkt. Dann sind wir noch einmal hinterher. Ich kann nicht sehen. Ich darf nicht sehen. Das ist schon. Das war's. Tschüss.